Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe, wir sind jetzt live. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade unterwegs im Hotelzimmer, wie ihr vielleicht auch an der Location sieht. Ich warte mal vielleicht, bis ein paar Leute reinkommen. Ich wollte euch ein paar mal mitnehmen. Wir sind in Pfarrer. Wir haben gleich eine Objektbegehung und werden uns gleich mal was anschauen. Daher wer hat andere Location als sonst, als ihr es uns vielleicht gewohnt seid. Was ich aber heute mache, ist, ich wollte gerade ein Video aufnehmen und da habe ich gedacht, dann kommt ihr einfach dazu. Es geht um das Thema Immobilienverkauf steuerfrei. Wann ist der steuerfrei? Ja, gib mir ruhig Herzen, das ist super. Das ist eine Frage, die ich beim Verkauf, also wenn wir als Magna tätig sind, aber in so einem Rauchencoaching echt mega, mega oft gefragt werde. Das Ding ist halt, Immobilienverkauf steuerfrei, wenn du dabei einen Fehler machst, das kann mega, mega teuer werden. Das Finanzamt hat wie immer harte Grenzen. Daher ist es wichtig, dass man das beachtet. Wenn du dazu Fragen hast, konsultiere einen Steuerberater. Selbst wenn du keinen hast, das Geld ist gut investiert. Aber ich nenne jetzt das Video mal kurz auf. Die Kamera steht da, deswegen ich wundere mich nicht direkt in die Kamera reingucke. Und ja, ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, ich lese sie gleich durch, wenn das Video aufgenommen ist. Da bin ich mal gleich gespannt auf eure Fragen. So, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Immobilienverkauf. Wann ist der steuerfrei? Du erfährst, welche Möglichkeiten du hast, wann deine Spekulationsfrist abläuft, welche Regelungen dazu gibt. Und ich gebe dir noch zwei, drei Tipps, die vielleicht nicht allzu gängig sind. Wenn du also bis zum Ende dran bleibst, dann erfährst du auch das. Ja, private Veräußerungsgeschäfte, wann ist das der Verkauf steuerfrei? Grundsätzlich besagt ja §23 Einkommenssteuergesetz, dass alle Veräußerungsgeschäfte eine sogenannte Spekulationsfrist haben, also Spekulationssteuer anfällt, wenn du binnen zehn Jahren die Immobilie weiter veräußerst. Wenn du das tust, wird die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis mit deinem persönlichen Steuersatz, den du privat hast, berechnet. Jetzt ist es so, dass du damit immer in die Höchstklasse reinkommst. Ich glaube, die höchste Stufe ist nämlich ab 80.000, 100.000 Euro bist du drin. In der Regel bist du damit immer raus, wenn du Immobilie vor acht Jahren gekauft hast, hast du in der Regel so eine Steigerung, dass du damit immer da drin bist, also bis zum Spitzensteuersatz. Wenn du keine besonderen Abschreibungen hast, wird das bitter und es ist unnötig. Zum Thema Steuersatz und Steuern, vielleicht konsultierst du da einen Steuerberater. Steuerberatung dürften in Deutschland so nur Steuerberater machen. Ich kann die nicht und ich möchte die auch nicht machen. Es geht nur um Empfehlungen, die wir halt bei uns aus dem Bereich des Coachings und des Maklergeschäftes halt haben, wo wir also sagen können, wie der Verkauf halt irgendwann abläuft. Stipulationsfrist, zehn Jahre. Ganz wichtig, entscheidend ist dabei aber immer die Beurkundung. Viele machen den Fehler und denken, dass es der Übergang, der Wirtschaftsübergang, der sogenannte WÜ, das ist. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es zählt wirklich nach der Beurkundung beim Notar. Allerdings gibt es auch Sonderregelungen. Und zwar ist es so, wenn die Immobilie selbst genutzt ist, komplett eingenutzt oder in den letzten zwei Jahren vor dem Veräußerungsgeschäft davor. Jetzt muss man aber wissen, auch anteilige Jahre zählen. Das heißt, zwei Jahre könntest du theoretisch auch im Dezember dich anmelden, also offiziell einziehen. Würde auch schon für das komplette Kalenderjahr zählen, obwohl du vom Jahr aus am 20. Dezember dich erst anmeldest. Das ist vielleicht eine wichtige Information, die auch nicht allen geläufig ist. Dein Tipp also, wenn du das vorhast, es reicht einfach eines Jahres, dich umzumelden. Und das zweite Thema ist dabei, nur Erstwohnsitz zählt dabei. Zweitwohnsitz, Drittwohnsitz leider nicht. Das ist also der Standort oder der Ort, an den du am meisten wahrscheinlich auch enthältst. In der Regel sagt man mehr als 280 Tage im Jahr. Das ist in der Regel dein Erstwohnsitz. Steuerfrei kannst du verkaufen an Angehörige. Dazu zählen aber nur die Kinder nach Steuerrecht und auch nur Kinder, die selbst noch Kindergeld kriegen. Das heißt, damit hat sich der Kreis sehr, sehr eingeschränkt. Wichtig ist noch dabei, dass du in dem Fall des Verkaufs an Familie keine Grunderwerbsteuer bezahlst. Das Grunderwerb ist aktuell in NRW 600%. Das heißt, man kann da unter Umständen viel Geld mit sparen, wenn man das Ganze richtig macht. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du verkaufen möchtest, denk unbedingt daran an die 10 Jahre Spekulationsfrist, falls die Immobilie nicht selbst genutzt ist. Konsultiere notfalls auf jeden Fall einen Steuerberater dazu. Weil wenn du da einen Fehler machst, Finanzamt hat ja immer sehr, sehr starke Regeln oder sehr starre Regeln. Das heißt, wenn du auch nur einen Tag zu früh oder zu spät dran bist, ist die gerissen und damit hast du alles erreicht und erhalte gar nichts. Da gibt es auch kein Nachverhandeln. Deswegen ist es mir unbedingt wichtig, dass du dabei keine Fehler machst. Das Zweite ist, die richtige Immobilie zu finden und zu verkaufen, ist immer eine sehr wichtige Sache dabei. Erst recht, wenn du die Immobilie seit 10 Jahren Bestand hast, hast du in der Regel einen extrem guten Gewinn gemacht. Wenn die Immobilie sich nicht deutlich verschlechtert hat, hast du in der Regel den Preis ruhig verdoppelt bis verdreifacht. Das ist durchaus realistisch. Von daher geht es dabei um viel Geld. Und wenn du das mit dem persönlichen Steuersatz versteuern musst, was automatisch in den Höchsteuersatz reinkommt, lohnt sich auf jeden Fall da mal ein, zwei Stunden sich mit zu beschäftigen. Wenn du dazu Fragen hast oder zu anderen Themen Fragen hast, dann komm zu uns ins Coaching. Dort erfährst du das und noch viel mehr. Hast einen 1 zu 1 Call. Du hast die Möglichkeit, direkte Fragen, direkte Antworten darauf zu kriegen. Also von daher würde es mich freuen. Ich verlinke unten einmal § 23 Einkommenssteuergesetz. Das ist nämlich da, wo alles drin geregelt ist, sondern zum Nachlesen. Und wenn du ins Coaching-Team reinkommen möchtest, dich darauf bewerben möchtest oder Interesse daran hast, dann verlinke ich auch nochmal unsere Landesseite. Da kannst du einen Gesprächstermin buchen. Dort bist du dann mit meinem Team einmal dich unterhalten, wo wir mal gucken, wo du stehst, wo du hin willst und ob wir dich dabei unterstützen können. Und alles Weitere steht mir persönlich an. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Liebe Grüße. Das Gottschling Immobilien erstellt hochwertige und trotzdem ungeschönte Inserate. So haben auch wir unser Traumhaus gefunden. Einzeltermine, vollumfängliche Beratung und schnelle und verbindliche Aussagen haben uns in der Entscheidung bestärkt, das Haus zu kaufen. Wir sagen endlich zu Hause.